Die Party ist vorbei. Hier ist alles wieder ordentlich, aber meine Haare sind irgendwie komplett zerstört. Die Frisur hat irgendwie nicht so gehalten, deswegen gehen wir jetzt mal zum Wiesnflechtkurs, um uns zu zeigen, wie man die richtige Wiesnflecht macht. Weil wir wollen ja auch der Wiesn-Cruise richtig gut aussehen. Da haben wir den Zeigefinger unter die Hütte, schnappen wir hier die Mrs. Solst. Also ich war jetzt dran, das mal selbst zu probieren. Ich finde, das hat gut geklappt. So, und hier musst du noch was dazu. Jetzt. Und wieder vor. So, ich brauche eine Spange. Hey, voilà. Wenn ich so kein Wiesn-Jugend krieg, Wiesn auch nicht. Herzlich willkommen zum Cocktailworkshop. Das ist mal ein Workshop nach meinem Geschmack. Es gibt Schnaps mit Sahne, Sex und alles, alles. Und jetzt wird geschenkt. Und jetzt wird geschenkt. Und jetzt wird geschenkt. Reicht? Noch? Mal kosten? Ich bezweifle, dass dieses Cocktail besser schmeckt als meiner. Eins, zwei, drei, vier. Richtig. Sehr gut. Wir machen jetzt die Seelots-Rettungsübung an der Bar. Sieben kurze, ein langer Ton. Geht los, Ramona. Beep, 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 beep. biiiip Und liebe Abwohner. So schön. Das war die�ks ayudar zu sein med Wolfgang der Perle.